Also ich wollte jetzt kein Schneebild hier zeigen, das ist Hagel. Hagel, der auf einem Autodach brasselt und der Besitzer des Autos hat wahrscheinlich schon vorher mit Hagel gerechnet, hat deswegen eine Decke aufs Auto gelegt. Ja und diese Decke könnte das Auto etwas vor Beulen durch Hagel schützen. Ja und Hagel ist möglich, wahrscheinlich nicht in dieser Form, aber nächste Woche zum Teil ist doch eine Lage dabei, sehr schwül warm und da kann es zum Teil einzelne kräftige Schauer und Gewitter geben. Und da ist zumindest kleinkörnige Hagel nicht ganz ausgeschlossen. Hallo und herzlich willkommen zum Wetter am Freitag hier bei wetter.net. Und diese Wetterlage schauen wir uns kurz mal an. Es ist ein erster Trend und zwar hier mal die Nacht von Montag auf Dienstag. Und wir sehen hier einmal quer über Deutschland nach dem deutschen Wettermodell. Da könnte es einzelne Schauer und zum Teil auch kräftige Gewitter geben mit lokalem Starkregen, mit einzelnen Sturmböen, vielleicht auch mit kleinkörnigem Hagel. Und das Ganze wird auch nochmal bestätigt, so in etwa vom europäischen Wettermodell ebenfalls hier die Prognose Montag auf Dienstag. Das Ganze etwas weiter nördlich, hier von Schleswig-Holstein bis nach Berlin und Brandenburg. Da könnte es einzelne Schauer und Gewitter geben. Also irgendwas ist da wahrscheinlich im Busch nächste Woche. Auf jeden Fall bleibt es warm, zum Teil auch schwülwarm. Und in dieser schwülwarmen Luftmasse, da kann es eben einzelne Schauer und Gewitter geben. Wir schauen uns hier mal die Ensemble-Prognose an für die Mitte des Landes. Und das hier ist die Ensemble-Prognose vom kanadischen Wettermodell für die Landesmitte in Sachen Regensumme. Und wir sehen hier, im Mittel werden bis zu 25 Liter Niederschlag pro Quadratmeter erwartet, vom kanadischen Wettermodell bis zum 28. Mai. Wir sehen aber auch hier große Unterschiede. Ausreißer nach oben, einer 50 Liter, aber auch einige Ausreißer nach unten, einer nur 10 Liter Regen pro Quadratmeter. Also das Ganze ist auch hier noch ziemlich unsicher, wie es in Sachen Niederschläge weitergeht. Ein Blick auf die Großwetterlagenkarte vom heutigen Freitag. Das Tiefjannika ist abgezogen und jetzt kommt langsam aber sicher unser schön Wetterhoch Xenophon nachgerückt. Und Xenophon bringt uns am Samstag und am Sonntag bestes Bade- und Grillwetter. Und das fast in ganz Deutschland. Wir blicken mal auf die Wetterkarte von heute Freitag. Da ist es noch ein bisschen wechselhaft. Nach Norden dichte Wolken teilweise der ein oder andere Regenschauer. Temperaturen um die 17 Grad. Ansonsten 20 bis knapp 26 Grad hier am Oberrhein. In der Mitte und im Süden des Landes gibt es heute schon wieder recht viel Sonnenschein. 12 bis 15 Sonnenstunden sind da möglich. Ein Blick auf die kommende Nacht zum Samstag. Ja und der zeigt uns, es bleibt relativ warm im Süden. Werte um die 10 bis 12 Grad. Nach Norden etwas kühler 9 bis 5 Grad. Der Himmel ist meist wechselnd bewirkt. Teilweise im Westen und auch im Süden. Sternenklar. Dann der Samstag und der Sonntag. Das ist einfach normales Sommerwetter. Deutlich zu warm teilweise für die aktuelle Jahreszeit. Der Samstag bis zu 27 Grad. Im Westen und Südwesten der Sonntag bis zu 30 Grad. Die kühleren Temperaturen nach Norden hier meist so 21 bis 23 Grad. Aber auch dort recht viel Sonnenschein. Und nach diesem trockenen und sonnigen Wochenende wird es zum Montag, wie gesagt, langsam etwas wechselhafter. Anfangs noch Sonnenschein bei 20 bis 28 Grad. Aber zum Nachmittag und Abend, da bilden sich in der schwülwarmen Luft zum Teil einzelne kräftige Schauer und Gewitter. Und die bleiben uns auch erstmal in der Nacht zum Dienstag und am Dienstag selbst erhalten. Da kann es also hier und da mal zu kräftigen Gewittern kommen mit Starkregen, mit Hagel und stürmischen Böen. Wahrscheinlich die erste stärkere Gewitterlage in diesem Jahr 2022. Das Ganze bei Temperaturen um die 21 bis 27 Grad. Der Mittwoch weiterhin frühsommerlich bis sommerlich 21 bis knapp 30 Grad. 21 Grad nach Norden, 30 Grad hier wieder entlang des Rheins. Dort auch später wieder einzelne Schauer und Gewitter. Zum Teil auch wieder mit einem geringen Unwetterpotenzial. Auch der Donnerstag insgesamt freundlich. Später neue Schauer zum Teil mit Blitz und Donner. Das Ganze bei Temperaturen um die 22 bis 28 Grad. Wir sehen also, die Eisheiligen, die scheinen in diesem Jahr auszufallen. Und auch verspätete Eisheilige sind weit und breit für Deutschland erstmal nicht in Sicht. Und eben auch kein flächendeckender Landregen. Die Blockadewetterlage geht weiter. Und das hier ist die Luftmassentemperatur am Mittwoch in der nächsten Woche in 1500 Metern Höhe nach dem europäischen Wettermodell. Und es bleibt dabei, da kommen sehr warme Luftmassen von Nordafrika über Spanien, Frankreich Richtung Deutschland geströmt. Und die bringen uns eben vornehmlich Sommerwetter in Deutschland. Sommerwetter Mitte Mai. Temperaturen, die normalerweise erst so Mitte bis Ende Juni normal wären, die erreichen uns da sehr wahrscheinlich. Wie lange das Ganze Bestand hat, das ist aber unsicher. Ja, noch der Blick auf die Regensummen und zwar bis zum Montag nach dem deutschen Wettermodell. Ja, und da ist relativ wenig zu erwarten. So ein bisschen was im Nordosten, noch kurze Schauer, vielleicht auch mal im Norden oder hier am Alpenrand. Aber ansonsten sehr viel Trockenheit, auch hier Richtung Benelux, Richtung Frankreich. Da ist erstmal nichts zu erwarten bis zum Montag. Also das wird ein trockenes Wochenende werden in fast ganz Deutschland und auch ein sehr sonniges und warmes Wochenende. Wie geht es danach weiter? Wir schauen mal nach Norddeutschland auf die Ensemble-Vorsage mit den Temperaturen in 1500 Metern Höhe. Das ist wieder vom amerikanischen Wettermodell. Und da sehen wir nächste Woche liegen wir leicht hier über dem Klimamittel drüber. Es gibt aber auch stärkere Ausreißer nach oben, 15 Grad in 1500 Metern Höhe, aber eher unwahrscheinlich. Wir beachten wie immer nur das Klimamittel um die 9 bis 10 Grad, würde ich mal sagen. Das reicht aus, um unten Temperaturen um 20 bis 24 Grad zu erreichen und wenig Regen bis zum 20. und 21. Mai. Wir schauen nach Westdeutschland hier mal auf die Regensummen bis zum 28. Mai. Im Mittel 30 Liter Regen pro Quadratmeter, da gibt es wieder einzelne Ausreißer bis zu 70 Liter, mehr als das Doppelte. Auch der Hauptlauf ist ein bisschen weiter oben angesiedelt, aber auch ganz viele Berechnungen, die sehen es deutlich trockener. Zwei sogar gerade mal, ein oder drei Liter Regen pro Quadratmeter. Da sind also weiterhin große Unsicherheiten bei den Niederschlägen gegeben. Und wir schauen nach Ostdeutschland, da bleibt es auch erstmal niederschlagsfrei bis zum 18. und 19. Mai. Und erst dann gibt es die ersten Signale im Mittel bis zu 25 Liter. Dieses Mal ist der Hauptlauf ganz unten zu finden, 15 Liter. Aber es gibt auch Läufe noch weiter unten, nur ein, zwei oder drei Liter Regen, aber auch Einlauf bei 65 Liter Regen. Doch die Wahrheit liegt irgendwo mittendrin und das ist eben so um die 25 Liter pro Quadratmeter. Aber auch da müssen wir abwarten. Wir haben ja gesehen in den vergangenen Wochen diese Verschieberitis, gerade beim Regen. Im Winter war es die Kälte, immer schön nach hinten weggeschoben. Und jetzt ist es der Regen, der immer weiter nach hinten weggeschoben wird. Jetzt, wie gesagt, erst ab dem 19. und 20. Mai überhaupt nennenswerte Niederschlagsignale. Wir schauen nach Süddeutschland, hier auch auf die Luftmassentemperatur in 1500 Metern Höhe. Und da bleiben wir eine ganze Zeit lang über dem Klimamittel hier der braunen Linie drüber. Die rote Linie, das aktuelle Mittel, bleibt hier wirklich drüber über dem Mittel der Jahre 1981 bis 2010. Aber im Süden durchaus mehr Niederschlagsignale als im Rest des Landes. Meist eben in der teilweise schwülwarmen Luft, Schauer und Gewitter. Gewitter. Noch der Blick in die Landesmitte, auch hier bis zum 28. Mai. Hier auf die Temperaturen in 2 Metern Messhöhe. Wir bleiben so um die 20 bis 25 Grad. Und das im Grunde bis zum 28. Mai. Verspätete Eisheilige sind nicht in Sicht auf der Ensemble-Prognose. Ab und zu mal Niederschlagsignale. Besonders ab dem 17. und 18. Mai kann es ab und zu einzelne Schauer und auch mal Gewitter geben. Ja, das ist der Trend bis Ende Mai. Die Ensemble-Prognose vom amerikanischen Wettermodell. Wir schauen jetzt mal auf die berechneten Abweichungen in Sachen Temperaturen vom europäischen Wettermodell. Und schauen uns diese Karten hier an. Und das sind die berechneten Temperaturabweichungen der Europäer für die Woche vom 9. bis zum 16. Mai. Da sind wir halt schon mittendrin. Und wir sehen hier deutliche Abweichungen nach oben. 3 bis 4, teilweise 5 Grad wärmer hier kommend aus Südwesteuropa. Die Temperaturabweichungen nach oben. Und das betrifft nicht nur hier uns in Deutschland. Das betrifft weite Teile Europas. Die sollen also im Bereich 9. bis 16. Mai zu warm ausfallen. Und auch die Folgewoche, 16. bis 23. Mai, könnte deutlich zu warm ausfallen. Teilweise bis zu 6 Grad wärmer hier im Westen des Landes. Und wir sehen auch hier, diese Abweichung reicht bis nach Großbritannien, bis nach Spanien, bis nach Portugal und auch rüber teilweise bis nach Osteuropa. Erst Richtung Russland, da steckt wohl eher das kältere Wetter fest. Und noch eine Woche drauf, die Woche vom 23. bis zum 30. Mai. Was sagen die Europäer da? Naja, da sehen wir auch rote Farben. Leicht zu warm im Vergleich zu den normalen Temperaturen in dieser Woche. Und auch hier nicht nur in Deutschland, auch hier in Westeuropa, in Südwesteuropa und hier teilweise auch in Ost- und Südosteuropa. Da können wir also heute schon mal sehr gut festhalten, dieser Mai wird wahrscheinlich deutlich zu warm enden. Ob er auch zu trocken enden wird, das müssen wir abwarten. Ich sagte es schon mehrfach, gerade der Parameter Niederschlag ist der am schwersten vorherzusagen der Parameter in der Meteorologie. Da muss man einfach ein bisschen abwarten. Und wir sehen es ja auch hier immer wieder, der Hauptlauf springt hoch, springt runter. Und das kann man ab dem Tag 5, 6 kaum noch für bare Münze nehmen. Das war es vom Wetter hier bei wetter.net. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wir freuen uns natürlich auch über ein Abo auf unseren Wetterkanal wetternet auf YouTube. Tschüss und schon mal ein schönes Wochenende.